einer links raus, beide links eingelockt, die andere ist rechts von mir am Fenster, läuft links raus jetzt ist er im letzten Haus, oder? ist er jetzt direkt vor mir, jetzt ist er glaube ich links rein ja, ist er links drin, ja beide tot ist er vor mir am Schaden, ich sehe auch einen noch nicht hat auch einer geschossen und ein Hitler hat er fällt sich jetzt wahrscheinlich ich hab geschossen worden mit der anderen Schaden eingelockt, beiden geht es und treiblich, kann ich ihn gettet? voll ja ernst hit dreimal geschossen, immer ganz knapp vorbei Was ist denn da? Ich kann doch nicht nennen. Wo wir gelandet sind. Hast du denn da auch geplant? Äh, ne. Ich dabei. Close bei uns, close bei uns. Eingenockt. Ich bin dabei, Yoro. Vor mir direkt auf 280. Ich weiß nicht, wo der mit ist. Er krabbelt hier noch in meine Richtung. Das ist genau vor mir gemacht. Mit hüllen Steinen. Ich weiß, dass der dahinter ist. Kann sein. Nicht runterlaufen. Nicht runterlaufen. Tod, ich hab einen. Rechts sind auch noch Schösser. Ja. Rechts genau am Zonenrand. Ist noch mal direkt. Ist gestorben. Ich bin da. Ich bin da unter der Kante. Ich bin da unter der Kante. Ich bin da reingedrängt. Ich hoffe, wir sind hinten schauen. Ich lass uns von hinten. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und da schnauzen. Kleine für uns Ja genau Er läuft rechts Von vorne Er knockt Der Zweite ist dahinter Hits Ich hab nur seinen Weg gefinischt Er muss da irgendwann noch laufen Er hat Zone gestorben Der andere? Der Typ Der muss so low gewesen sein Er können 20 Hits also Von uns habe ich eben Schall gelimpft Im Haus Große Haus, beide drinnen Eingelockt Ist noch einer Wie, tot? Da ist noch einer drinnen im Haus Der Sehr doll Der 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 De Der Er wie konnte der ab Was? Keine Ahnung Oder bist du da? Ja